Hey zusammen, hier sind Christian und Fabian von MIMPATROLL. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier auf Crowdify ein Cut-Finding gestartet. Und zwar sind wir zur Zeit in der Produktion unseres zweiten Albums und dafür benötigen wir logischerweise Kohle. Wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, wurde dieses Jahr leider unser Proberaum geflutet und sehr stark beschädigt, weshalb wir auch Geld brauchen, um das Equipment wieder klar zu machen. Wäre mega toll, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet. Es gibt ganz viele coole Goodies von wenig Geld bis ganz viel Geld. Schaut rein, es hat wirklich viele coole Sachen. Wählt was aus und unterstützt uns. Wir sind sehr dankbar dafür. Es lohnt sich. 어디 Soul generate. Es ist so wichtig. Für die nächste Generation. Für die nächste Generation. Für die ATE metrics. bug Lori 哈哈 Untertitelung des ZDF für funk, 2017